Jetzt haben wir hinter die Kuh, hinter die Kuh, siehst du? Ja, 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 genau. Jetzt warst du nämlich Sabine schon fast zu weit vorne, dann dreht er um und geht hinter dir vorbei. Bisschen Druck machen hier nach außen, aber man dreht ja den Schimmel. Ihr müsst hier die Außen halten. Raust er mit? Raust er mit? So, dann machen wir auch noch eine Diaphone-Nahle. Ich erkläre es euch gleich. Wir machen einfach weiter. Lilly, komm bitte. Hinter den anderen vorbei, Richtung drüben. Lilly, wendest du ab? Kommt zu mir. Lilly, gerade zu mir. Zu mir. Hinter der Sohn, die ist so ein Sohn. Ja, du kommst zu mir und gehst da rüber. Du bist ja, ne? Vor, Lilly, vor. Lilly, an die Wand drüben, sonst gehe ich selber. Weiter, 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 weiter. So, die gehen jetzt zwischen Lilly und Sabine durch. Ja, das war ein bisschen schwer zu verstehen. Okay, Wuschi schickt sie wieder los. Also wenn wir sowas machen, einer wendet einfach ab auf die andere Seite der Gruppe. Das ist am besten so, wie die Lilly es jetzt gerade gemacht hat.